erst rechts die übliche prozedur und dann ja wie immer kommt niemand sagt es ist ich schaue es nicht so drauf wegen ein ding habt es abgewählt ja Ah, f*** ich mich nicht ab. Ich hätte mich nicht hin sollen, ja, ich hatte das aber heute auch schon. Sehr oft Momente, wo ich mich geparriht hab. Also ich gehe jetzt wieder zum Spot, weil da jemand hingehen will, bestimmt. Niemand. Keiner. Oh, man. Ich glaube, da ist jemand, der du Kieler entlang. Ich gehe mal in den Meldbar, ach, keine Ahnung, hab sich geklärt. Ich dachte, ich kann nur noch bei, weil er einfach gewählt wird, also. Puh, Contest-Zwecke als erstes Dekse. Mach, greift doch an, Bruder, Alter, du musst doch so wissen. Ich hab den gar nicht mal kommen sehen, Alter, das ist in jährlich. Das ist nicht so, wie sie da... ...weil die Schnauze. Oh, keine Ahnung, was hier... Was ist da hinten? Oh, der macht direkt irgendwie. ah fuck die attacken waren beide nicht die haben beide gear ja wurden beide gear achso die haben geraggett haben die rausgekickt oder die haben möglichst geraggett naja es ist der eine rausgekickt und dann der andere lappen aber wir haben da fehlen so einen komischen bauteil von dem das ist nicht so die 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 So ein kleines Snitch, Alter. So, das ist deine... ... ne Strache. Okay. Ah, fuck Götter! Nein! Ragnarok und Axt, Alter, vom Berserker auf mich drauf gelettert, Alter. Haben wir alles gemacht. Ja, so zu sagen. War gut, dass du den Spot da hältst. Ich gehe zu B erstmal, um da ein bisschen... ... für Sicherheit zu sorgen. Da sind ca. zwei Leute. Der Berserker kommt. Ah, ah, der kommt zu B, ja. Der Berserker kommt. Der Berserker kommt. Okay, ich habe ihn noch gekriegt, den Berserker. Er belebt ihn jetzt bei B, den Berserker. Jürgen und Gundam, Berserker kommen, potenziell zu dir hin. Das sind ja alle bei B, Alter. Er hat weiter den Spot, dann hole ich jetzt hier B. Ich mache nichts anderes, als diese Spots halten. Da kommt einer zu dir. Ja, ich weiß. Ich weiß, ob da über mir einer ist. Nee. Er ist nur über dir, ist keiner. Ich kann dir helfen kommen, falls du rauskommst. Ja, da kommt ein zweiter, ich komm. Der dritte auch noch. Der dritte auch noch. Der dritte auch noch. Der dritte auch noch. Boah, Junge, dieses Check-Team. Das ist easy. Der damage war wirklich. Kommandant zu C dann. Du kannst zu A gehen auch. Je nachdem, was du... Nop. Nop. Aua. Ja. Ab A... Ich mach mal B kurz, ne? Ich bin so dumm, Alter. Warum hab ich das nicht früher eingesetzt? Nee, später. Boah, übelst Mist-Playcard gemacht, Alter. Aber, oah, tut weh. Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Na, hinter dir, hinter dir ist auch jemand. Na, ok. Ich glaub, muss ich jetzt mal den Spot hier einnehmen. Oh, ja, er wird so ein Arzt. Wann sag ich, sag immer so, man hilft sich auch ein zweites Mal. Versäge... Das ist voll die Püsse, aber Sweet, da ist noch jemand Der wird lecker als Gerät fliegt Ich glaub nicht, der ist rausgeflogen oder so Was ist denn am Ende? Ja, ich glaub, er ist vielleicht sogar rausgeflogen Komm hier zurück, wenn du wenig Leben hast Ja Geh mal bitte zurück zum Spot Geh mal bitte weg aus dem Pfalz hier Ich bin eigentlich zurück, bevor er zieht durch Ah, der konnte gerade so entkommen Dann geh ich jetzt zurück Oh, die sind hinterher Nee, nee, ich geh nicht hinterher, ich komm jetzt zurück zu dir jetzt Okay, gut Ja So, der Bot hat sich gerade geopfert Der Gegner-Bot Wo bist du gerade? Kennst du gerade? Unter dir bin ich gerade Nee, nee, ich bin gerade schon mal an so'n Spot Gut Wir sind angebrochen Gut Wir sind angebrochen Oh, dann geh ich nochmal hier ein bisschen nachgucken Er kommt ein zu dir Oh, dann ist das da bar Was denn, geschätzt du dir Alter? Da brauchst du doch mal herkommen, Alter, mal um zu schielen Was denn, schätzt du dir? Was denn, geschätzt du dir Alter? Nein, es hat nicht funktioniert. Ja, ich konnte nicht mal Rache drücken. Ja, woi... Ja, wir haben sogar noch... Ja, wir haben sogar noch...